Kappenwechsel unterwegs. Audi Mercedes, Audi Mercedes, Audi Mercedes, Audi Mercedes. Film wie das Max. Sind sie bescheuert? Ne, schau doch in Audi, Audi Mercedes, schau doch in Audi. Saran, du musst einfach nur walzen. Oh, Mücke. Das ist ein Engst. Oh, Mücke. Der Elefant. Ja, wieso? Oh, scheiße, wenn das da unten gewesen wäre. Scheiße. Lieferanten frei, bis hin. Das ist der Eingang von Burg Schreckenstein. So, fährst hier voll das Gerät durch und dann machst du da. Guck, das Eingang. Burg Schreckenstein. Ey, das macht auch nix machen, das ist echt nur Tarnung. Der Walzer macht alles kaputt. Wie walzt du? Mit einem Fingerschlag. Ja. Guck mal, herzlich willkommen Burg Schreckenstein. Guck mal, herzlich willkommen Burg Schreckenstein. Guck mal. Guck mal. Ja, da kannst du zugeben. Da wo du am liebsten wettest. Jawohl. Überall. Wo die die Glasse, ne? Überall. Das war das Haus von außen. Da sind sogar da Leute auch drin, ne? Na klar, ich bin da. Und weiter. Ne, bleibt stehen. Freie Eintritt. Freie Eintritt. Okay, Walzer. Ein Freie Eintritt. Freie Eintritt. Freie Eintritt. Freie Eintritt. Freie Eintritt. Freie Eintritt hast du aber schon gesagt. Das ist ein Elefantchen. Dude und Soho. Leute. Er ist schuld. Habe ich schuld. Habe ich schuld. Da wo hergekommen sind. So, da waren wir ja schon. Nur hast du ja alles verbaut oder sowas. Hallo oben. Hallo. Kein Anderen. Uh, da einer hat sich anzunehmen. Äh, äh. Er sagt, ist die Dach oder Freie Eintritt? Eintritt? Ich brauche noch eine Freie Eintritt. Egal. Egal ist 69. Verleuchtungsabend. Okay, Leute, läuft nach wie hoch. Lauf mal dahinter. Lauf mal dahinter. Komm mit Walze. Hühner, 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 Hühner. Halt wieder an zu kackern. Halt wieder an zu kackern. Suchst du wirklich Hühner? Die Hühner. Die Hühner. Rock, 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 rock. BoahYotko. HiKakakaku-Ansüge. HiKakakaku. HiKakaku. Ne? ist doch so. Das sind die verrückten Hühner. HiKakakaku. Gemüßte auf die Hühner. Hey, kommt vom FPUNDER, ich hab ein B afecter dabei. Oh meine Hühnchen! Bitte geschlachtet! Bitte geschlachtet! Lecker, lecker, lecker! Was sagst du schon? Zu Schloss Rosenfels Zu Schloss... Schleckenstein, ich weiß schon Nein! Zu Schloss Rosenfels Bitte die Tür Ist der geile Tunnel! Du machst ja alles auf! Jetzt machen wir auf? Das ist nur lauter Baumabwehren Das soll aber nicht reingehen, oder? Baumabwehren und... Und nicht spielen Vielleicht geht da so Schloss Vielleicht gehts zu Schloss Rosenfels Was sagst du zu Schloss Rosenfels? Ich mach was anderes Malze, was sagst du zu Schl... Malze, was sagst du zu Schloss Rosenfels? Mücke Mücke Was sagst du zu Schloss Rosenfels? Ach, lügt mich da vorne Wo ist die Mücke? Ja, die Mücksel! Wo ist die Mückenbeise? Haben wir schon gleich die Mücke Ja, was sagst du zu Schloss Rosenfels? Ich muss gleich nochmal schreißen Du sagst du zu Schloss Rosenfels Du musst gleich nochmal schreißen Die Hühner haben zu euch gekakert Die Hühner haben zu euch gekakert Ja, von Schloss Rosenfels Ja, die haben echt gekakert Die Hühner haben echt gekakert Die Hühner steht da draußen Ja, mit Zeit Du siehst ja nicht, wo der Weg hinführt Ja, wo es nicht hingeht Da gehts nicht weiter Da ist so dunkel Da gehts ja weiter Da gehts ja weiter Ja Da gehts ja weiter Ja Und da unten ist der Meinen Ja Das hast du noch nicht gewusst, oder? Doch, aber der Weg geht lang runter Und wenn du weiter jetzt runter leuchtest Ja Ich glaube da ist eine Pfanddose Okay, was willst du noch? Weißt du noch mal, was da runter ist? Was sieht man eigentlich da noch? Ja, nix mehr Nebelweg Das zieht sich weit runter Ja, du kennst den mich? Ja Okay Und dann heißt das auch Der ist nicht mehr in der Ortschaft, oder? Ja, da kommt ein Loch raus Hä? Ich wo ein Loch? Ja, irgendwo Der Loch ist noch zu weit weg Da fehlen Einfliege Ja, nein Da runter kommst du Wenn du den Weg runter gehst Ja Kommst du zu Schloss Rosenfels Ah ja Willst du doch da hin zu Schloss Rosenfels? Ja, gehen wir Ja Du hast doch vorgesagt, du scheißt drauf Ja Ich scheiß auch gern drauf Ja Aber Oder Hühner Oder Hühner Ja Ja Ich fühle die Gacker noch da oben Ich fühle die Gacker noch da oben Die Gacker nachwort auf Rosenfels Ja L-lobbenfest Ja Und wir kommen los auf Jetzt singen die diesen Text noch, um zu setzten, singen die oder kacken die? Da haben sie doch Hunger. Weil sie Hühner sind. Das sind Hühner. Das sind die Hühner von Rosenfalz. Das ist Rosenfalz. Und morgen früh wird ein Hühner oben gekackert. Das ist ja doch Hammer. Ja, genau. Ja. Der Papa sitzt halt gleich runter. Aber das ist doch nicht gewusst, oder? Er geht ja schnell runter. Ja, schnell auf die Fenster, danke. Aber du musst jetzt reingehen, sonst kommt dein Graf raus und schimpft dir. Und der Bruch her. Und die Hühner. Die Hühner kommen immer. Seid doch mal heiß. Die sind noch laut, aber sind schon ruhiger geworden. Ja. Ich glaube, die haben schon ein bisschen... Nee, die haben die Hühner nachgekackert. Du musst rein. Du musst... Rein, um die Hühner zu hören, wie sie gacken? Nein, du musst auf dein Zimmer sein. Jetzt werde ich ständig los. Du meinst, ich müsste oben laufen. Ja. Ey. Du meinst nicht, du musst jetzt rein. Die... Sonst kommt da jetzt der Ding. Direktor. Du meinst, wenn ich dich reinhöhne, um die Hühner zu vertreten... Das ist ja so, ne? Das wäre schon wert. So. Weißt du, geh rein. Sonst kommt der Direktor. Im Schiff mit dir doch. Ja, der Mücke ist dein Kumpel. Ich weiß. Ja, du schaffst dich drinnen. Hallo. Hast du? Hast du Angst? Hast du Angst? Hast du Angst? Die Kleck Ikflat für dich drinnen, oder? Warum нем? Sonst kommt der Burg direkt da raus. Wenn du dich rein gehst, kannst du Brücke rausveruyorst. Was kostet das? Geld. Könntest du ein alter Berg aufbauen, oder wie der Berg ist? Ja. Ist schon geil, wenn du hoch gehst, weißt du, wo die Jugend immer ist, ist schon in Ordnung. Zu tun möchte ich nichts haben. Die machen auch den Tag zur Nacht. Ja. Samstag. Nacht. Komm mit. Achja, nicht rauchen bitte. Ja, ich rauch nicht. Dein Diesel musst du ausschalten. Was, Fein? Diesel. Oh, wo steht das? Ich rauchen. Achja. Diesel ausreiten. Nachts auf der Box. Schreckenstein. Ja. Wir steißen ihn in die Hose. Der lacht nicht. Die Burghinder machen schon Musik? Ja. Es kommt nur einmal, es kommt in die Wiese. Schrecklich sein, kommt mal sehen. Ach, da kannst du es machen. Guck. Liebe Gäste. Das gibt es nicht mehr in die Wiese. Da haben Leute sich hier. Ich bin da für das seltene. Entschuldigung. Ich bin da für das seltene. Entschuldigung. Es ist nicht mehr da, es haben sie noch. Eins, eins, zwei, gut. Danke. Was? Was? Was soll Burkern? Burkern! Burkern? Burkern! Ach, hast du was eingefallen? Von der Mauer? Was ist denn? Hä? Schämen, nix? Hm? Von oben aus und da ist es schon abgesteckt. Siehst du richtig? Ja. Das musst du eigentlich noch kennen als mit deiner Familie. War der denn auch da? Aha, überall war ich schon. Ach, der war nicht. Der ganze ist so, oder? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist für den Burk wieder aufbauen. Ach, viel Spaß, fangen wir mal an. Ja. Dann gehst du da rum, gehst dann wieder raus. Ja. Und dann kommst du nach oben. Durch die Beide. Ja. Und dann kommst du nach runter durch die Beide. Dann muss ich mir da. Ey, komm los, Notausgang. Da hast du Werfsteine von der Burg aufbauen. Ah, ja. Da hast du noch mal ein paar Dinge in der ganzen Burg bauen. Ja. Ja. Ist alles ok? Ja. Ich dachte, ich könnte sterben. Ja, das Boot ist aber so schwer. Ja. Wenn du jetzt mal stirbst. Du denkst immer dran, wenn du hinfährst, du musst liegen hier bleiben. Das ist mir zu schwer. Du stürzt lieber, ne? Musst du halt laut sagen. Sollte ich noch runter drauf oder was? Ich hab schon auch mit Eichelkörper zu tun. Pass mal auf. Ich hole Hilfe. Warte mal drei oder vier Wochen, ne? Dann kommt schon irgendwann Hilfe. Ja. Das glaub ich gleich mit dir. Und hier hat er mal ein... Hä? Geht jetzt! Geht jetzt! Bei mir, Mann! Bei mir, Mann! Bei mir, Mann! Und das stimmt, wenn sie so fest oder nicht waren. Welch, dieses, eine 20, eine Auge. so wie das schmarr da ist ja nichts mehr öfter darf man dahinter, sonst kommt es weiter Sonneuhr Ja, das kannst du auch machen. Ja. Kannst du erst mal ein paar Video machen? Ja, ja. Oder hochkörst du mal ins Dezember? Ja. Ha. Hast du noch nicht alles verbrauchen auf deiner Videokamera? Ja. Das ist ein Schneeschieber. Ja. Pulltok. Das sind sicher zum Feuern. Und das wird sie. Da geht's ja weiter. Das Ende. Da ist zu. Das könnte es sein, dass da Diamanten, Dolm und so weiter noch ist. Da ist zu. Das ist ein Abfall. Ey. Ich wünsche dir viel Spaß mit dein neues Zuhause. Dein neues Zuhause ist schon da. Ey. Jetzt müssen wir es mal probieren. Ich müsste es bringen auf dem Klo. Ich habe ein PC gefunden. Und? Ich gehe mal auf den Klo. Ey, komm doch rein. Komm doch rein. Wir sind groß im Klo. Ich gehe mal auf den Klo. Ey. Bissar. Ach. Was ist jetzt angemeldet? Gut. Was ist der immer noch alleine? Ja, es ist Bugschein gestanden. Das sind wir echt nicht alleine. Ist das noch Kinder aussi? Hast du gemerkt? Ja. Das sind die Kinder, die spielen noch da drüben. Es sind zwei Tietchen da hier, guck. Ja, so ist halt Schloss... Burgschrückenstein oder Schlossschrückenstein. Aber die Kinder wollen nicht aussehen, ne? Da kommen alle in den Turm. Ja, das ist halt dafür schon Schlossschrückenstein. Schlossschrückensturm. Auch wenn der Jürger nicht brav ist, kommt er rein. Auf der Stelle von der KC. Ja. Und wenn er wieder nach vorne oder so... Der KC ist schon wieder ausgegangen. Nein, das sind die Ritter von Burgschrückenstein, hast du nicht gewusst? Was ist alles in euch? Mach den Hund immer heiß. Du bist doch Mücke. Ja. Wirst du, ich bist doch Mücke. Ja, ich bin die Mücke. Der Elefant. Also Mücke machst du Elefanten. Ist doch dein Name Mücke. Und deine Mücke. Ja, wer ist das? Ja, wer ist das? Ja, wer ist das? Sammelt was? Geh weg? Musst du sammeln? Ja, da kommst du zum Garten. Da ist der Fluchthunnel. Und der Fluchthunnel. Das Fluchthunnel. Oh, guck mal, wie klein das ist. Ach du schlägst du immer das Licht an. Hier, Gilles. Setzt richtig drauf. Also deinen Diesel musst du jetzt ausschalten, ne? Ey, das ist aber schön hier. Ey, ich glaub da warst du noch nicht, oder? Ja, war schon über auf Burgschrückenstein. Aber wo wir jetzt wieder weiterlaufen? Auf dem Weg hier? Ja, klar. Weil beleuchtet ist. Oh, da wolltest du dir hier Fußball spielen. Naja. Ja. Ja. Das sieht man jetzt nicht so dunkel an, echt. Ja, da, 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 da. Deswegen ist jemand, der geht abholt. Ja, was kriegen wir hier? Wacht an, weil wir machen. Nehmen wir unsere Unterrichtung an. Dass wir nicht... Lass drüber stolpern. Wann lass mich vorauslaufen? Ey, warte mal eine Frage jetzt, ne? Da unten ist die Hauptstraße, ne? Ja. Von der anderen Seite ist hier doch unten gekommen, oder? Nur hochkommen, oder? Nein. Ist hier von unten hochgekommen. Ja, von der anderen Seite, oder? Ja. Ist hier doch von der anderen Seite? Ist da weit nach oben? Das ist da auch nicht in der Hauptstraße. Gute Frage. Ist doch der einzige Weg, wo wir Puckstchen steigen. Gell, Mücke? Ja, Elefant. Mücke war für ein Bär, weißt du? Ja. 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 Ach man, da wollen wir fast wieder reinstehen. Nein, warten können wir. Ach, der stimmt. Jetzt sagst du Walze. Walze. Damit Walze. Ja, war ja nicht. Weißt du, hachentlich Nucke. Reisen. Du kannst Reisen so sagen, du kannst nur so eine Sache. Du. Stinkbombe. Was? Das war der Diesel. Da kommt so ein Parkplatz. Ja. Und das ist schon wieder uncool. Lachen wir doch wieder da, Alter. Ja, da sitzt du schon nicht aus. Wir laufen gar nicht weg. Wir laufen gar nicht weg. Ja, da kannst du ja gleich weit. Stimmt ja. Ja, kommst du gar nicht weg. Da kommst du ja auf die Straße. Da kommst du ja auf die Straße. Da kommst du ja wieder woanders weg. Wir runden jetzt in einen. Da hast du jetzt die Stimme runterlaufen. Ja, wir können unter 100 drauf in der Welt. Ja. Wir sind hochgelaufen, Alter. Ja, wir sind auch hochgelaufen. Runder ist man leichter als wir rauf. Ja, okay. Also ich muss euch ja nur ein Komplimenten, dass ihr die Einzelne nacheinander verwünftet sind. Das ist sehr gut. Also ich hätte mindestens drei, vier, mal zwei. Ja, gut. Ja, das können wir eigentlich ausprobieren. Ich hab jetzt die Gemühldonne rein, lass dich mal runterkulern. Mach schnell wie schnell du unten bist. Hä? Wollen wir mal die Zeit unruhen? Also schon willst du nicht, ne? Ja. Ja, ich muss gerade kippen, aber ich kann nur fahren. Aber ich geb dir einen besseren Tipp. Wenn man lieber eine Papierkunde, die ist meistens größer, ne? Und die bisschen bequemer. Ja, die Hunde. Ja, die Hunde. Ja, die Hunde. Ja, das ist entscheidend. Ja, die Hunde. Ja, es geht nicht so. Was ist das, das ist runde oder rumbleiben? Ja, wollt? Ja, da hieß es sonst nur dann. Ja. Übernachten? Ja. Das Auto steht unten und schreibt, hallo. Quoseykel langsam. Oder willst du da gleich beim Schlaf reden? Hey.